Lerch & Partner, Ihr Generalunternehmer von Winterthur. Heute mit dem IMO-Typ. Wir sind direkt am Zürichsee und diesmal haben wir einen besonderen Tipp für Sie. Hier findet nämlich die Immobilienmess statt. Und neben mir ist Herr Koller von Lerch & Partner. Herr Koller, Sie sind Sponsor seit 2011. Was ist der Hauptgrund, warum Sie schon so lange dabei sind? Ja, unsere Firma gilt seit 2002. Wir haben in den letzten 15 Jahren grösser und ungefähr 1500 Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser für Käufer erstellt. Und für uns ist es eigentlich wichtig, dass wir präsent sind, vor Ort sind. Und für uns ist es eine gute Gelegenheit bei der Suite Immobilienmess, die es nächstes Mal im Lake sagt, hoffentlich bei etwas wärmeren Temperaturen als jetzt momentan bei Minus 10 stattfinden wird. Was darf man denn erwarten von diesem Besuch an der Messe? Ich denke, da hat es interessante Immobilienprojekte. Es hat Eigentumswohnungen, die man hier vor Ort anschauen kann. Mit den Leuten reden. Und es hat aber auch Mietwohnungen, die teilweise ausgestellt wurden. Und natürlich tolle Einfamilienhäuser. Ja, es braucht natürlich aber noch etwas mehr, um so eine Messe zu Stand zu bringen. Und da fragen wir doch gerade mal Herrn Pappe. Herr Pappe, Sie sind Messebauer. Auf was muss man da besonders gut schauen? Wir haben ein attraktives Konzept gemacht. Hier im Lake Sight. Das ist eine attraktive Location, gerade am Zürichsee. Und das hat eine sehr gute Anbindung an den ÖV. Das Traum ist in der Nähe der Bus. Man kann das zu Hause erreichen. Ja, das letzte Wort geben wir noch dem Organisator, Herr Stutz. Was gibt es da noch zu sagen dazu? Also der Sight, der Schweizerische Verband für die Immobilienwirtschaft, ist ja ein Berufsverband und Organisator von der Messe. Und es ist nebst der Ausstellung natürlich auch ein Branchen-Event, eine Netzwerkplattform für unsere Mitglieder, die auch zum Teil Aussteller sind. Jetzt in der heutigen Zeit könnte man ja Immobilien auch online anschauen, weil so lohnt es sich dann trotzdem hierher zu kommen. Es ist einerseits sicher gut, ein Gefühl zu bekommen, indem man viele andere Angebote auch persönlich prüfen und persönlich fragen kann. Und was sehr wichtig ist, es gibt viele Projekte, die auch gar noch nicht im Internet publiziert sind, wo man sich einschreiben lassen kann, für etwas, was vielleicht erst nächstes Jahr kommt. Gibt es dir auch noch ein Highlight, spezielle Aussteller zum Beispiel? Wir haben vom SWIT zwei Aktionsgruppen gegründet. Das eine ist der SWIT Young, das ist eine Jugendgruppe von unseren Mitgliedern, wo man bis 35 Jahre teilnehmen kann. Die haben den Stand und die Aus- und Weiterbildung und den Nachwuchs fördern. Mit Virtual Reality werden es zum Beispiel hier anwesend sein. Dann haben wir natürlich auch den Gegenpol, das SWIT Senior. SWIT Senior ist eine Aktionsgruppe, die älteren, pensionierten Leuten hilft, wie man sich zum Beispiel richtig bewirbt für eine Mietwohnung in der Stadt Zürich. Auch da geben wir Tipps am Stand direkt ab. Besuchen Sie vom 16. bis 18. März das SWIT Immobilienmess im Lakeside Zürich und finden Sie Ihren perfekten Traum zu Hause. Einige Überraschungen erwarten Sie ebenfalls. Entdecken Sie neue und noch nicht publizierte Projektankündigungen und verschaffen Sie sich einen Vorsprung. Profitieren Sie ausserdem direkt vor Ort von einer ganz persönlichen, kompetenten Beratung der jeweiligen Projektzuständigen. Weitere spannende Wohnprojekte finden Sie unter www.lerchpartner.ch-angebote. Wir arbeiten darum für Ihre persönliche Entfaltung.